Ich Nein September September du hast mir gerade das ace geklaut du hast mir gerade Du bist du bist nicht immer du bist einfach nicht Was 11 zu 0 Junge Wir gehen wo gehen wir die wollen office gehen habt ihr für office gewartet Ey wenn die office gehen ich weiß nicht Ok drogen in der Ruhe komm Do you remember Ok von piken gehen mit oh Gott das wird ja lustig Ok ich mach mit Oh Gott nein Ich komm nie wieder raus Ok Flashbangs sind dennoch op Ja geil 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 gut aber jetzt pass auf Wir kriegen gleich druck hier Kannst du kannst du yellow stars oder Ah ja bleib bleib mal da wo du bist Ok Oh Nein du machst das super du machst das toll Ja Ja Nice yo Sehr schön Aber auch Wie jetzt so schnell wie möglich Ne das ist gut das ist sehr gut Das ist schon mal ein free win für uns weil wir gleich schauen und die nicht Ok ich mach mein gerät an Ok ich mach mein gerät an Hier sind keine steps Hier sind auch keine lauf mal deine raum Was war das hast du schalldämpfer Ja Ja warte ich hole erst die Cam Moment ok Fußspuren sind hier im Bei uns erstmal keine Oh doch die haben Clash die war ganze Zeit unten Nein sie schießt halt Ja du hast recht du hast Hab sie aber Die war dumm Ich hätte nicht pieken dürfen Ich kann scannen So das ist Echo da hinten Kannst du Ne du können wir Wir können ja hier aufmachen Ja komm mal komm mal her mit deiner Granaten Nicht nicht Ja pass auf Ich meine ich kann ich kann so smoken Ich bin auf dem hallway ne Ok gut Aim nach hinten ab Slash Ja ok ich habe immer nach hinten aber ist ok Ist ok chill Warte warte ich scanne noch einmal Echo muss da noch in Echo ist in den Room Die Wallhacks Guck dir das an Guck dir das an du Hey 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 September Du bist doch mitgepusht Du hast überall Du musst einfach nur das machen ok Spiel so wie immer Das war gut weißt du Wenn wir die Kills nicht holen bekommst du sie halt weißt du Aber nicht einfach Denken so ich habe keine Kills dann muss ich jetzt übertreiben weißt du Ist ja alles richtig Ich höre jetzt hier klein ist das Ok Ich höre jetzt hier klein ist das Ok Ok komm Ok komm Ok Ich rieche das so Kobe Na ja Es lenkt aber ein bisschen ab Und ich könnte jetzt ein OP-Move machen um komplett zu flanken 2 In-Jet im Raum Pippa, was? Alter, was war das denn gerade? Ich wurde von irgendwo angeschossen. Gut, dass du September einen geholt hast, glaube ich. Ja, gut. Ich war so, was? Ja, ja. Was kannst du eigentlich? Er hatte, glaube ich, gerade zu viele im Mund. Niemals, niemals Spagetti essen und dann über seine eigenen Witze lachen. Niemals. Alter, ihr habt mich gerade so verschlümmt. Okay, okay, okay. Hast du Dragon? Dragon, hast du Dragon Labor? Nice. Okay, wir gehen zusammen oben. September, ne? Nicht vergessen. Ja, gut, komm, 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 komm. Geh mit ihm, September, geh mit ihm. Ich komm nach, ich geh mit ihm, lass ihn doch nicht alleine sein. Ist egal, jetzt, ist egal. Ich komm, klar, geh mit ihm. Sack, sack, sack. Ja, das ist Doc. Bitte, bitte, sei jetzt keiner recht vor mir. No, ich hab nicht mal geaimt. Ja, wenn ich jetzt noch, wenn ich jetzt noch, wenn ich jetzt nicht sterbe, ey, dann steh ich zu Null. Biest. Biest. Was auch, ja mach ich, mach ich, mach ich. Nein. Nein. September. September, du hast mir grad das Ace geklaut. Du hast mir grad... Du bist, du bist nicht immer... Du bist einfach nicht... Ey, du... Nee, ey, nee, nee. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. 11 zu Null, Junge. Bis zum nächsten Mal.